die gegenstände blut aus der kiste blut an einer sense noch da gerne steht auf meine lange sense kann überall hinreich so lang ich glaube gerade in die andere richtung auch schild hat ein schild auf der anderen seite der tür ist ein schild wir haben schon gesehen wir sagen nein der türgermeister hier wollte ich sagen sehr heftig konzenten ich gehe mal mit dem zeugportal ich glaube nicht ich bin noch nicht jetzt habe ich auch der potei kaputt ja eingestellt hat war lange gange es ist total hier in der tür aber keine feuer denken sie clever ich bin auch nicht bereit verlogen in der geschlossenen tür ist das portal aufgetragen der antrag auf der anderen seite wer ist er denn naja weg wir sind auch gar nicht im kampf so elixier wollte ich nur einsetzen jetzt muss ich vergessen hatte da habe ich vielleicht erst mal was denken trank wo feuerwiderstand kann schwer zwei wappen total und seit portal sie dazu aus als wäre irgendwo klar dass in der nähe ich glaube nicht stärke woanders lang gegangen gehen der feuerzüge ist wieder da dann wird auch mal mal als andere kaputt hier ich bin soweit von tot kann ich nicht bewegen aber wer belebt sich mit sehr wieder ich bin ja ich habe schon ich bin ich wieder okay naja gehen da unten lang da sind nur explosionstypen ja ich wurde schon wieder durch irgendwas bezahlt ich kann mich nicht mehr bewegen er sind so zehn von denen irgendwie auf einmal aufgetaucht ich bin irgendwie betreut und auf einmal abbewohnt ich bin da weg weil sie immer wieder hat ein bisschen blöd ganz ehrlich meine truppen wieder aufbauen da ist noch ein ex-versorgungs typ nehmen wir noch ich war schon wieder betreibt und wird durch den flammfuzzi getötet es ist ein portal das albtraum dankens halb vom portal das sind so viele albträume diese blöden vampirritte oder wir haben hier irgendwo der ist hier im raum müsste der sein ich hab ihn noch nicht getötet ist der zum teufel er hat mich hier in die ecke platz auszuweichen ich kann nicht sagen ich tot bin sobald du wieder da bist von den vater was gibt uns denn dieser schwein da war auf einmal weg schmeißt einfach zeug die treppe runter wir kommen da nicht so starker gegner naja alle sind kürzester fahrer ich meine gegner wie diese ja fehlermäuser kürzester fahrer diese mehr gebieten aufgeschrieben ich bin auch nicht bereit ich bin meine achten dicke wurde eine sense der dann hier unbedingt meine sense haben in seiner kollektion ja aber man schwer ist auch ziemlich lang wenn ich das so sagen darf nicht so ein portal ich glaube das hat den effekt den blauen zeichen von kopfgab explosion wenn wir so einen roten kreis geredet überhaupt machen portal ich war ja schon wieder so ein krieg gestorben du bist jetzt ein bisschen zu verliebt in deine dornen das ist jetzt wie sie hat von deckung unterliste oder hört damit kämpflich öffnet da kann gegner aus ja dann nehmen wir die bieter der kathedrale das sind neuesten gedanken den explosierenden elektrische also als werde irgendwie in der flasche drin ja vielleicht ist ihnen der einzelnen jungfrau oder so aber schon weiter aber schon weiter hölle 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 aber jetzt schon der boss er macht jetzt gleich wieder gleich sticher die ex also au was wei wa warum ah haha here's a health me that's hot ich hoffe der krieg den ganzen stein aber auch die geschöpft level 13 dem ding ich habe jetzt gesagt ich habe jetzt gelesen staubsauger staubteufel blutsauger das ist klar okay und das war ja noch gechillt dann ist ja meistens gestorben und keine ahnung wieso die ganze explosion denkt jetzt er ist unverwundet hat gebracht ich muss warten wenn die explodieren ich werfe den schaden einfach auf die zurück ja ja doch nicht wenn die explodieren 11.000 hilf tausend ja ich habe gehört da ist der hammer das ist eine menge glaube ich dir bevor er das hat eine menge ist du musst eine rüstung reparieren soll ich auch anscheinend nicht schlecht so haben wir noch ein traum dungeon ich bin noch nicht wenn er noch mal dings ja versuchen auf einander mit anderen effekten aber gerade nicht geschafft haben endlose tore ich will dann nicht kaufen verland etwas besondere flotete tiefen ins koschen nach wie es hat wie es hat dann schon jetzt schon wieder verdammt aber gemacht haben beiden bastionen glaube ich ne ja ja wo war das wo sie ein hagen hier ist ein hagen heiden bastion das war ein hagen haben wir es ist ein bastion cool so wohl dabei noch hier weg damit nur flutete tiefen haben wir es kostet ja beiden bastion hat haben wir gerade gemacht ich habe endlose tore aber auf der 24 hat sich dass wir gescheitert sind wird ja außer ich kriege es sei noch besseres kann er nicht belassener tunel verbotene stadt ich habe die materialien möge der vater euch segnen das gewölbe dann machen wir noch mal endlose tore die zweite todes impuls sagt wenn die gegner explodieren und zu sterben kann sein der monster kälte schaden monster regeneration monster widerstehen überwältigungen auch cool sie sind einfach auf steroide das bollwerk mal endlose tore hat man nicht geschafft nähe näh ne weiß ich nicht da du bist der mit der liste ich habe nämlich schon notiert habe ich mir falsch nicht notiert euch dann sieht es flüsternes gewölbe haben wir das schon ja 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 keine neuen sachen irgendwie als steiner schon haben wir auch schon hier mal wieder zum meilenstein im level bekommen am stund des leviatams haben wir nicht geschafft genau der entlöse tore hatten weil ich habe das jetzt stufe 21 stu ein stund des leviatams hat man nicht geschafft ja wo ich das hier schon wieder nicht finde doch da haben wir das ja 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 jetzt haben wir aber schon ja ich habe ich habe auch nichts anderes gerade ich habe jetzt noch endlose tore aber ich hab mir ja schon okay ja ja das ist vulkanisch haben wir da schnelle monster angriffe mutung reichbrecher cool und als bonus haben wir explosive kontrolle beeinträchtigt ich weiß nicht was ich auch nicht kann ja nur gut ausgehen alles klar ich mache es sofort ich kriege immer den selbst müsste unser level immer weiter erhöhen ja das stimmt noch eins kann ich mir noch erstellen jetzt habe ich ein neues buch und anbastung 28 gucken wir mal weiter schaffen denn wir 26 hatten wir ja auch geschafft dann weiß keine fünf minuten mehr dann aber okay ich habe ich habe keinen leuchtenden schwer kriegs lanze kriptische partisan oder solchen drei zack nehmen ich nehme da war so besser drin ja ich hätte vielleicht meine sachen reparieren sollen okay greiftes bein aus wachung wie das hier ausgeht aber ich werde mal meine sachen reparieren ich dachte ja hast du irgendwas was gegner verbunden verwundbar macht ja klar dann tue ich meine tentakel machen die verwundbar oder der stadt man möchte mal nicht lange drei sekunden oder so aber ich könnte alles vorbei jetzt um einen waffenrang irgendwie so ändern und so extra effekte reinpacken damals bei schaden ging man den mehr schaden bei verwundbaren oder was ja 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 nur die verwundbaren mein gott hat sieht aus wieder eine dungeon hier wo wir den animus der selbe ist dann ja er sieht so aus mit dem dann sind ja mit dem boss design aber da ist schon der erste boss auf der richtigen seite 82 dann werde ich jetzt mal extra vorsichtig spielen hier und gehen erstmal im post aber aber du meinst ich bin noch nicht bereit ich bin noch nicht bereit ja das hat übers schaden gemacht ich habe das in dem haufen nur nicht gesehen ich nehme einen skunk ja das ist jetzt der boss ja 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 ich sehe die kreise nicht in der kreis ja wir sind super auffällig da aber ich bin nur die gegner ich weiß nicht was du für den überblick hat ich sehe nur die gegner horden so bin ich wenn da irgendwas mitten in der gegner oder irgendwo was auf hat sie noch nicht in meinen videos gesehen wie die aussehen super aus wie die aussehen aber ich sehe die nicht wenn die auftauchen erst nachdem ich getroffen ja ich bin noch nicht bereit auf die haben diesen betäubungsangriff ja ich merke hast du die scheiße und das schlechte einer ruft aber da ruft einer frischleif ja ja jetzt ein ganz großer boss mit mittel ich würde noch nicht reingehen jetzt einer mit dem boss balken ich muss ja der verfolgt mich gerade den bekloppt oder eine tipp ist weg gut ich bin tot weil er mich verfolgt ja viel blöder ich bin auch jetzt leichter oder so ich muss ja der schlechter ja ich glaube ich will auch leben kann ich glaube ich auch nicht ich kann auch nichts gegen den machen den kann man nicht bitte ich habe kein schild und also er freut dich aus und kehrt in die höhe zurück dann lassen wir den mal lieber einruhe da war da oben rechts da kann man versuchen wir noch nicht nein ich da lange da kann er stand aber nicht im vertrag gott auf gott so viel schaden so ich bin betreut ha 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 auf level 28 für uns also du machst du jetzt alle wie ein champ kaputt wir haben wir alle ab jetzt steht genau davor teleportiert sind wir da respond der hat sich weg zelle fort hier das in teleporter stehen gerade bei mir in der eine der bei mir aufgetaucht er hat sich weg teleportieren jetzt ist er wieder da ich habe hier zwei elite gegner an der backe nur eine den habe ich aber weiter auch mal der ist vampirisch fakio und er heilt sich die ganze zeit der vampirisch ich krieg dir nicht dann noch genau draußen in der sonne ja ich kann nirgendwo hin ich weiß nicht wo der scheiß an macht eben so gut wie keinen schaden der halb sich die ganze idee wird doch hier schon wieder nix außerdem ist hat ein blöder footballspieler der rammt mich die ganze zeit aber ich habe keine trelle nein jetzt haben wir schon wieder verloren kann ich besiegen der schon wieder voller energie machen jetzt ich kann ich auch nicht wieder beleben macht ihm viel zu wenig schaden also jetzt gekillt ja jetzt gehen denn so schnell gekillt bei mir hat er alles eingesteckt und so gut wie keinen schaden genommen der generiert sich die ganze zeit ich kann nichts gegen die machen er nimmt so gut wie kein schaden der kerl jetzt der ist wenigstens nicht vampirisch glaube ich also der hat schon wieder voller energie was ist das er selbst meine ultimate macht ihm keinen schaden vor allem hat für eine scheiße du denkst du kannst du den kaputt ich kann nichts gegen den machen also er nimmt so gut wie kein schaden egal weil ich in den reinballer das ist irgendwie tagebuch aufgenommen wir sind für angriff der gift schaden macht so viel schaden der sommer herauskommt ich komme nicht rein er ist tot dann kommt jetzt rein ja jetzt aber gibt es war ich bin allergisch gegen gift ich schreibe dies während ich zwischen den verdammten gräbern jener die meine brüder seien ich wollte nicht mal drüber angriff ausgewählt hat wenn die also wenig schaden machen jetzt sind die die möchte ich auch sonst auch immer ab das macht ihn aber so gut wie selbst meine ultimate macht ihm so gut wie keinen schaden ich habe sie in dieses nest kann nichts gegen den machen ja wie bei herr der ringe das ist nicht der war vampirisch der hat sich die ganze zeit geheilt schatzkoppeln schatzkoppeln das bringt halt nichts wenn seine heilung meinen schaden nicht aus so gute idee der schatzkoppeln hat mich in eine falle gelockt da bist du schon wieder in eine andere richtung gegangen da haben wir schon wieder alles getriggert aber ein schatzkoppeln ich bin tot ich bin nicht auch gleich tot da war ein schatz wenn ich wollte seine schütze naja klar er dann muss wieder seine gier bestredigen nochmal soviel der weg ich habe einfach mal eine gier gebauer wie die einfach alle keinen schaden nehmen ich glaube ich sterbe jetzt gleich ja lass mich doch mal in ruhe im gegensatz zu dir habe ich keine geschwindigkeitsboni die sind alle schneller als ich naja ja wie sind die getränke ausgedankt nein na 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 bei der stelle na 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 das hat den symbol auf der karte bewegt sich irgendwas ich hoffe nicht schlechter ist ich glaube das war der goblin der sich kaputt teleportiert hat habe ich irgendeinen trank für gift wieder statt ich habe schon entlang genommen hat ich mehr lebensenergie er ist absolut er wollte ich an gift schaden nähe ja ja wie geht es ja so ja noch zwei wieder bliebungen wir haben gar keine möglichkeit lang gegangen was ich würde lange lang gegangen ich bin die runde angegangen dabei schatz kommen wir wollen haben jetzt habe ich eine niedrige priorität hier in dann kann ich ja schon wieder zum football spiel ab ich muss das leben von weh ja ist gestorben ja hier war ja schutzgoblin naja hier ist noch ein bloß ich habe mir so ein giftig der menschen schaden man mann mann okay so irgendwie sind wir in den anderen vorbeigelaufen mann und irgendwo okay okay vielleicht sollte ich meine rüstung wieder abbringt dann finde ich mir was geil ist und dann ist das schon wieder ort kreis eine sekunde aber er ist schon wieder so einer ganz viele footballspieler aber ich bin noch nicht so viele feuerlinger schlägt der papierfetzen ich habe diese aber dann sagen wir jetzt kommt der was gegen sie erheben konnte sie ernähren sich von blut und vermehren sich stark ich habe sie ist gejagt doch das war eine falle hier anführer kann die toten und ich sorge mich um alle die sich ahnungslos in diese költen dazu fähig sein so jagt sie das war sie tot nicht vergeben sein ein boss nein die noch weiter bringen im blutstein soll zum polis er kann ja hinter uns damit hat auch was er hat gesagt jetzt von die kälte 77 eine sekunde der wird von der truhe aufgreifen herrten kommen wollte stärke ganz viele bacher gab es nur eingesehen erhöhtes leben irgendjemand braucht ja noch nein ich bin es kann nicht ich muss nicht als ob wir sollten jetzt hinrennen das war schon ein paar mal hier passiert ich war von feuer und eis umringen so oder so ja ja ich habe mir auch schon passiert mit dem tanschen nur mehr war es vorher strahlen oder feuer bälle die vom himmel geregten oder bis auf der wettbe ich habe gespürt die kämpfen hier gegen die damit nicht rauskommen schreien des schutzes da war der leute wo seid ihr seid ihr seid ja und ja wenn ich mich verwundt verwenden nein ich den blut steigen war einfach ein kopf bleibt hier ich erledigen so lange ich noch ein paar wundwerben klick mit klickern von oben okay auf den potest stein mir gefällt hat nicht oh man ich hatte es jetzt schon wir sind beide betreibt aber hier sind schaden der eins und kleines gift projekt hier auf mich geschossen hat mich fast umgewacht ich würde sagen wir gehen da hoch und macht den machen den boss fertig weiter ist wenn ein ereignis ist dann uns fertig macht ich bin mir ziemlich sicher dass es uns fertig macht ich würde lieber erst mal den sack zu machen wenn wir dann immer noch da landen können aber bestimmt gibt es wahrscheinlich kann ich bei der blutwäscher schon wieder ich muss so ein blut picket schon ja ich habe ich verstanden hat er gerade genommen einzigartige handschuhe ich habe noch mal überkommen ja so ein golem hellen bekommen habe ich schon meinen ja das kann man ja noch den rest der kunden und unbedingt wird ich bin noch nicht wieder eine fähigkeit die mir nichts bringt was soll ich damit ich habe keine leichten explosion ausgerüstet ich soll diese einzigartigen sachen aber die bringen wir alle nicht das ist ja mit ihnen schlechter auf sich stehen wir haben da sind zwei einer da ist da keiner mehr das stadt an wären klar in meiner reise aber war man das ist ja gar nicht am sterben der ganze zeitjahre sterne ich halte mich nur in sekunden schnell ich muss machen wir sind erfällig kein ereignis weltboss oder region noch in zehn sekunden sagen wir noch ein paar nächsten 15 minuten zwei minuten sagen wir noch ein paar nicht grausige gaben im baum zu befriedigen die sachen nicht so lange ich in der stadt bin 72.500 zum reparieren kommt wieder wenn ihr die schmiede braucht nein da musst du gerade ich warte hier in der höhlen flut unserem romantischen treffpunkt war immer ehrlich die gegend vielleicht bin ich ein altar welt was erscheint bald und zwar in harissa wo so in harissa aber aber so ja so nicht gehen wir immer noch belohnung von denen steht immer wöchentliche belohnung schon abgeholt haben wir schon mal gegen mehrere erkämpft glaube ich weiß ich nicht lose tore ja ja wo ist er denn ein habe sah ja wo hier ist habe er dieser sagt aber der meteorite hat mich mal mein pferd gehauen ich bin noch nicht bereit ja dann ist ein unterschritt der plus 100 ich habe ein tag von linders gefunden nicht solange ich in der stadt wenn ich bis kommen ja 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 ich habe ja ja das ist ja 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 sprengter pilz habe ich bekommen aber ich habe eine folge durch eine abgeschlossene zeitenwende und infernale reichtür machen was er gemacht wenn ich habe tausend von diesen dingern eingesammelt ich bin noch nicht ich bin noch nicht ein ball rock wird mir nicht passieren lassen ich muss warten ich muss warten ich bin noch nicht ich bin noch nicht doch nicht kein schatz kugeln ich bin noch nicht mehr ich bin noch nicht mehr ich bin noch nicht mehr aber machen ja immer doch mal hier aber es hat mir der schutz schläger des mondclans der sonne klar der mond ist kacke die sonne ist viel krasser kreisen hallo um die herum ich muss machen gott den bloß nicht ausrollen der axt gemacht voll stark schaden das ist jetzt würde ich tausend nahrung der typ der den geschützt jetzt wenn ich tausend nägel stecken das ist ja viel los geht dafür los der hat immer noch ein schild warum ich habe mein tag mehr ich muss natürlich jetzt noch mehr kann jemand die truhe für uns auch gemacht ein obolus gibt uns gar nicht so grausige gaben mann ich bin noch nicht bereit da ist er damit den schatz vor dem an der bohr ich verwechsel immer guter nur genug punkte für den baum noch holen ich gucke mich nur hier oben okay aber ja nicht von meinem kopf wird untergezogen weil sich ja nicht mehr ich habe der pfeil 2 gehauen wenn er eingefroren war da wir meinen tor stoß versetzt aber so ein dicker ist in zwei hälften der pfeil ist ein alter nenne und ist der quest ja geil aber ich habe fahrer und wieder irgendwann welche 5000 siegen menschen ich sehe gerade kommen jetzt auch komisch verschoben aus dort so kräfte ja was geht kollega ich brauche wasser ich bin erschöpft wasser aus der nahegelegenen oase ich lasse mich da ein rad und schenkt los als kipps da findet sie ja viel öfter danke was er täglich muss machen danke quest abgeschlossen das muss ein zeichen sein akarat will dass ich umkehre ausgezeichnet werden wir alle stützpunkte schon das weiß er noch nicht